Hilfe, ich brauche ein Update. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und in diesem Video stelle ich euch Stable Diffusion 1.5 vor. Es hat sich ein bisschen was getan und ja, ich denke, ich werde euch positiv überraschen. Vertraut mir einfach. Gut, wir fangen einfach mal direkt an. Wenn ihr Stable Diffusion schon installiert habt, dann macht ihr einfach weiter und ansonsten geht ihr einfach in meinen Installationsguide. Rechts oben in der Infobox müsst ihr jetzt eigentlich aufploppen, ansonsten Link in der Videobeschreibung. Gut, fangen wir jetzt an. Stable Diffusion 1.5. Ihr klickt auf die Links in der Videobeschreibung zu Stable Diffusion 1.5 und da, genau, bevor ihr runterladet, müsst ihr einmal hier wieder die Lizenz zustimmen, der Lizenz zustimmen wie bei 1.4 und dann scrollt ihr ein bisschen runter zu den Checkpoint-Files, zu den Dateien. Download the Vites steht dann hier. Da habt ihr wieder die Auswahl zwischen einer kleinen und einer großen. Qualitative Unterschiede gibt es dort eigentlich nicht wirklich. Im Grunde ist es nur leicht anders, aber nicht qualitativ, sondern die Bilder sehen halt ein bisschen anders aus. Werdet ihr gleich sehen. Und wenn ihr das runtergeladen habt, entweder beide oder eine davon, könnt ihr euch ja entscheiden, denke ich mal. Habt ihr sicherlich bei 1.4 schon euch entschieden. Dann geht ihr auf den anderen Link zum Inpainting-Model. Der ist auch in der Videobeschreibung und das ist das neue 1.5 Inpainting-Model. Da klickt ihr einmal auch hier, dass ihr dem Ganzen zustimmt und könnt das dann auch runterladen bei Download the Vites und ladet das dann einmal hier runter. Habe ich natürlich schon gemacht. Und das sind dann die drei Dateien hier. Die kopiert ihr euch dann in euren Stable Diffusion Ordner, Stable Diffusion Web UI, dann bei Models rein, dann bei Stable Diffusion und hier packt ihr die einfach rein. Habe ich der Einfachheit halber einfach mal schon gemacht. Und dann startet ihr das ganze Programm einfach über die Web UI User Batch Datei. So wie ihr es gewohnt seid. Gut, das habe ich natürlich auch schon gemacht. Und wir können direkt rein starten in das Programm. So, im Großen und Ganzen, was hat sich verändert? Ich werde jetzt keine Bilder neu generieren. Ich habe da einfach mal schon mal ein bisschen was vorbereitet für euch. Im Großen und Ganzen, wie ihr jetzt vielleicht seht, hat sich da nicht so viel verändert. Aber, wenn man auf die Details guckt, hat sich ein bisschen was ganz leicht verbessert. Zuallererst, die Hände haben sich etwas verbessert. Während die Hände in 1.4 noch so aussahen oder so. Wobei, die gehen ja noch. Aber jetzt bei 1.5 sehen die, na gut, das sieht jetzt nicht so schön aus. Aber zum Beispiel hier habe ich in einem anderen Vergleichsbild noch mal ein bisschen offensichtlicher, wie ich finde. Oben die 1.4 Hände sehen wieder ein bisschen komisch aus. Aber wenn ich da drunter die 1.5 Hand sehe, die sieht schon richtig gut aus an sich. Der Apfel ist ein bisschen komisch, klein, aber hey, die AI tut ihr Bestes. Nein, aber die Hände an sich sind ein bisschen besser geworden. Hier ganz rechts sieht man auch, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht wirklich aus wie zwei offene Hände, so ein bisschen zumindest. Also man kann es schon ein bisschen besser erkennen als direkt da drüber. Das ist schon ein bisschen besser geworden, aber da muss ich noch einiges tun. Also Hände sind immer noch eher so ein No-Go. Dann habe ich noch Tiere. Da finde ich auch, dass sich die Katzen leicht verbessert haben. Ich habe es jetzt mit Katzen ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das mit Hunden oder anderen Tieren dann eben so ist. Es gibt leichte Verbesserungen, finde ich persönlich, aber die sind auch, wie bei den Händen, sehr gering. Die fallen sehr, sehr gering aus. Aber im Großen und Ganzen, guckt euch jetzt mal die beiden Gesichter hier an. Und dann guckt euch mal das Gesicht hier an, zum Beispiel. Also das kann natürlich jetzt auch Zufall sein. Aber ich finde im Großen und Ganzen hier bei 1.5 die Katzengesichter sehen schon sehr gut aus. Also jetzt durchgehend eigentlich, finde ich persönlich. Also klar, auch noch verbesserungswürdig, so wie auch bei den Händen. Aber es hat sich schon ein bisschen was getan, zumindest bei den Gesichtern, dass hier die Katze zwei Schwänze hat und die hier irgendwie keinen Kopf und die andere auch nicht. Ja gut, die üblichen Probleme. Aber die Katzengesichter, finde ich, sind ein bisschen besser geworden. So was Landschaften angeht, finde ich, hat sich nicht wirklich was getan. Also ich sehe da keine wirklich nennenswerten großen Unterschiede. Ebenso bei der New York, bei der New York Landschaft. Da hat sich jetzt auch nicht wirklich viel getan, fand ich persönlich. Da finde ich sogar teilweise 1.4 vielleicht sogar noch einen Ticken schicker. Also das hier finde ich ein bisschen schicker als hier die 1.5 Varianten von der Beleuchtung. Kann aber auch einfach nur Zufall sein. Aber ansonsten im Großen und Ganzen hat sich da nicht viel getan, finde ich, qualitativ. Weder in die eine noch in die andere Richtung. So Gesichter, habe ich ja gerade eben schon gezeigt. Fand ich jetzt auch nicht so berauschen. Da habe ich nochmal was anderes. Also da hat sich auch nichts wirklich getan. Ich habe jetzt keine Gesichtsrekonstruktion oder so drüber laufen lassen. Aber wie man sieht, ist das immer noch nötig. Definitiv. Also finde ich persönlich zumindest. Also ich sehe bei 1.5 immer noch dieselben Probleme. Wie bei 1.4. Ja, nur dass die Hände halt vielleicht einen Ticken besser geworden sind und halt vielleicht auch die Tiere. Aber das kann halt auch nur Zufall sein, dass das in meinen Bildern halt so ist. Richtig gut geworden ist das neue Inpainting Model. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr geht dazu einfach ganz normal in Stable Diffusion rein. In eure Web UI. Geht zu Image to Image. Und dann einfach bei Inpaint hier ein Bild ablegen. Ich nehme dazu jetzt mal dieses niedliche Katzenbild. Mehr oder weniger niedlich. Die AI hat ihr Bestes getan, es zu generieren. Und jetzt würde ich sagen, markieren wir einfach mal die Katzen. Und wir wollen da jetzt keine Katzen mehr haben. Wir wollen da jetzt etwas anderes haben. Sagen wir mal, wir nehmen da einfach mal ein paar Dogs. Okay. Wir wollen da Hunde haben an der Stelle, wo jetzt die Katzen sind. Dann wählen wir noch aus Inpaint at Full Resolution. Wir machen mal die Steps auf 100 hoch. Und die Noising Strengths machen wir auf 1. Und dann schauen wir einfach mal, was 1.4 daraus machen würde. Und dann schauen wir mal, was 1.5 daraus machen würde. Und ihr werdet sehen, die Unterschiede sind größer, als ihr jetzt vielleicht erwartet. So. Das ist das 1.4 Bild. Man sieht eindeutig, dass das einfach nur eingefügt ist. Und hier fehlt einfach mal komplett alles, weil ich hier unten dann nicht mehr markiert habe. Da fehlt einfach mal das Bein. Ja, die Wiese sieht irgendwie völlig anders aus. Und auch der Hintergrund passt so gar nicht. Der Hund sieht völlig eingefügt aus. Wobei ich sagen muss, bei dem, der ist wenigstens komplett drauf, mehr oder weniger. Das ist jetzt das 1.4 Model. Und jetzt wechseln wir zum 1.5 Inpainting Model, was extra für Inpainting gemacht ist. So. Wenn es geladen ist, wählen wir noch denselben Seed aus. Wäre sonst unfair. Es soll ja die gleichen Bedingungen sein. Und nur das Model soll verglichen werden. Und dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Generate und vergleichen die Models. So. Wie ihr seht, sieht das eindeutig wesentlich weniger eingefügt aus. Das sieht wesentlich weniger eingefügt aus. Sieht das krass. Das sieht einfach so aus, als würde es ganz normal weitergehen. Und auch hier die Pflanzen. Das sieht hier völlig eingefügt aus. Irgendein Pflanzenmatsch. Und hier sieht es so aus, als würden die Pflanzen einfach nahtlos weitergehen. Das Einzige, die Hundeleine führt irgendwie ins Nichts. Ja, und hier fehlt irgendwie auch ein Hundebein. Aber im Großen und Ganzen, wenn jetzt die Hundeleine weg wäre, würde ich sagen, ist das gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich den hier vielleicht auch nochmal wegpainten lassen, den Hund. Aber das ist alles kein Problem. Mit Inpainting könnte man jetzt auch wieder die Hundeleine wegmachen. Und auch den Hund hier wegmachen. Und dann sehe das Bild eigentlich 1A aus, würde ich sagen. Und wenn man bedenkt, dass da vorher Katzen drauf waren, das sieht man überhaupt nicht mehr. Und das alte Inpainting-Modell, ja, das sieht komplett Banane aus. Also das Neue ist unglaublich mindblowing, finde ich persönlich. Und man kann sich da jetzt alles einfügen lassen. Also wirklich alles, was einem einfällt. Keine Ahnung. Ich füge jetzt einfach mal ein Basketball ein. Mal gucken, ob er das hinbekommt. Und auch das ist kein Problem. Einfach zwei Basketballs drin. Gut, einer hätte gereicht. Aber ja, sind halt zwei geworden. Aber wie man sieht, die Pflanzen hier alles ganz normal. Das hier sieht ein bisschen komisch aus. Keine Ahnung, was das ist. So ein Stück Hausmauer mit einer Tür. Keine Ahnung. Gefällt mir jetzt nicht so. Aber das kann man dann auch wieder overpainten lassen. Das ist alles kein Problem. Man könnte auch den zweiten Basketball wieder rausnehmen. Aber so im Großen und Ganzen kann man sich da echt alles reinholen. Keine Ahnung, Golfball, Golfball geht natürlich auch. Mir fällt gerade spontan einfach nichts Sinnvolles ein. Super. Wunderschön, oder? Also, da sind die Möglichkeiten definitiv unbegrenzt. Und man muss nur kreativ werden. Also man könnte jetzt auch eingeben Pony. Aber gut, ein Pony wird vielleicht ein bisschen zu groß sein. Würde wahrscheinlich hier nicht reinpassen. Würde wahrscheinlich... Er würde es wahrscheinlich draufpacken. Aber das würde halt irgendwie dann zu klein aussehen, das Pony. Ähm... Ja gut, wir probieren es nochmal aus. Komm. Komm. Ein Pony hauen wir noch drauf. Mal gucken, was er macht. Okay, es ist ein Plastikpony geworden. Das ist auch cool. Ähm... Natürlich, Spielzeug könnte man auch machen. Toys. Ähm... Toys. Ähm... Vielleicht richtig schreiben. Ähm... Okay. Aber das ist jetzt wirklich das Letzte. Okay, das sieht mega gut aus tatsächlich. Das sieht nicht aus, als wäre das nicht schon immer da gewesen. Es sieht einfach aus, als wäre das so richtig. Und das ist halt geil an dem neuen In-Painting-Modell. Das neue In-Painting-Modell lässt Dinge so aussehen, als sollten sie so sein. Und das ist halt das Geile an der Sache. Wenn man einfach mal vergleicht hier mit den Katzen, das ist... Das ist doch kein Vorher-Nachher-Vergleich mehr. Das ist doch lächerlich, oder Leute? Das ist doch... Das ist doch der Wahnsinn einfach. Also, mich persönlich überzeugt das neue In-Painting-Model. Damit kann man seine, ähm, erstellten Bilder nochmal verbessern, wenn man das möchte. Oder verändern. Und, ja, grenzenlose Möglichkeiten, würde ich einfach mal sagen. Also, jetzt ist wirklich extrem viel möglich mit dem neuen 1.5 In-Painting-Model. Ich hoffe, es gefällt euch. Probiert es ein bisschen aus. Ähm, habt Spaß. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, denke ich mal. Also, Tschüssi, nicht vergessen, abonnieren, ähm, Glocke aktivieren. Und ich danke meinen Channel-Membern im Rang 2, die mich so sehr unterstützen. Einmal nach Frajo und Mr. Drachenteufel. Danke. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, 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 tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020